Yo Leute, Theo hier, ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Part von drei vergessene Charaktere aus dem Super Mario Universum. Das Format kam ja sehr gut bei euch an, ich hab einfach Bock das zu machen und es gibt noch weitere Charaktere, die ein bisschen vergessen wurden von Nintendo, beziehungsweise die damals ins Leben gerufen wurden und gar nicht mehr weitere Auftritte hatten und die schon in ziemliche Vergessenheit geraten sind bei den Fans. Und Leute, ich hab mal wieder ein bisschen in meine Statistiken rumgeguckt und ich muss leider sagen, es gucken immer noch über 80% meiner Videos und sind nicht Abonnenten. Leute, ich würd mich echt freuen, wenn ihr den Abonnieren-Knopf drücken könntet und zum Team gehört und dann so gut wie jeden Tag ein spannendes Mario-beziehungsweise Nintendo-Video kriegt. Das sollte es auch gewesen sein mit dem Intro. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten vergessenen Charakter aus dem Mario-Universum. Viel Spaß, liebe Leute! Der erste Charakter, Leute, ich leg meine Hand dafür ins Feuer, dass ihr ihn nicht mehr im Kopf habt, also ich hatte ihn zum Beispiel nicht mehr im Kopf. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht und zwar der erste Charakter ist Tatanga. Es ist keine Schande, wie ihr ihn nicht mehr kennt, er hatte auch nur zwei Auftritte und zwar einmal in Super Mario Land, sein allererster Auftritt, da war er der Endboss, der allerletzte Boss, der Daisy entführt hatte aus dem Sarasa-Land und die ganzen Bewohner hypnotisiert, damit sie ihm nicht in den Weg stehen und damit sie das machen, was er möchte. Und er wollte wirklich Daisy heiraten, Leute, wie creepy das eigentlich ist, ein Alien, er ist ein Alien in so einem Raumschiff und er wollte einfach Daisy heiraten, aber Mario kam ihm zuvor und hat ihn dann letztendlich bezwungen und hat Daisy befreit. Ja, Leute, und auch bei Daisy kam ein kleines Herz bei Mario über dem Kopf, was ja eigentlich ein bisschen fragwürdig ist, weil ja eigentlich Peach diejenige ist, die für ihn bestimmt ist. Naja, wie dem auch sei, Tatanga hatte noch einen weiteren Auftritt und zwar in Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, da hatte ja eigentlich Wario die Rolle als Überboss, als letzten Endboss, weil er das Schloss von Mario eingenommen hat. Ihr kennt das Spiel, es ist einfach richtig geil, man muss gespielt haben, legendäre Soundtracks. Da hatte Tatanga auf jeden Fall auch einen Auftritt und zwar in der Space Zone war er der Endboss und hat auch eine Münze bewacht. Ein weiterer vergessener Charakter ist aus dem Donkey Kong-Universum und ich zähle das Donkey Kong-Universum eigentlich auch zu dem Mario-Universum dazu, weil Donkey Kong ja eigentlich mit Mario so Hand in Hand läuft. Zwar ist die Entwicklung von Donkey Kong und den ganzen Spielen in Rares Hand damals gegangen, aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass es sich eher in die Mario-Familie einreiht. Und zwar ist der nächste Charakter Kiddy Kong. Ja, Kiddy Kong ist der einzige Donkey Kong, der nicht die Initiale in DK hat, weil meistens fangen die Vornamen immer mit einem D an und enden halt mit einem Kong, weil es halt letztendlich die Kong-Familie ist. Ja, und wie alle weiteren Kongs, bis auf Donkey Kong und Diddy Kong, geraten diese ganzen Kongs langsam in Vergessenheit. Beziehungsweise Kiddy Kong ist wirklich der Kong, der meiner Meinung nach fast am wenigsten Auftritte hatte und zwar nur in Donkey Kong Country 3. Und er wird da auch richtig als Baby gespielt und er war nicht mal in Donkey Kong 64, aber wirklich nur in Donkey Kong Country 3. Und noch in Donkey Kong Land später, aber auch mit exakt den gleichen Angriffsmustern und genau den gleichen Fähigkeiten wie bei Donkey Kong Country 3. Was gibt's noch zu ihm zu sagen? Er ist der Jüngste der ganzen Familie, der ganzen Kong-Familie, weil er halt noch ein Baby ist. Er ist gerade erst frisch geboren. Im Japanischen wird er Dinky Kong genannt, was übersetzt sowas wie schnuckliger Kong bedeutet. Und außerdem war noch geplant, dass er ein spielbarer Charakter, beziehungsweise ein Fahrer im Donkey Kong Racing, was für den Gamecube hier eigentlich rauskommen sollte, dass er dort spielbar sein sollte. Wie auch in Donkey Kong 64 sollte er auch spielbar sein und sollte eigentlich Chunky Kong ersetzen. Aber letztendlich hat er es nicht reingeschafft und Donkey Kong Racing ist nie erschienen und Kitty Kong wurde einfach vergessen. Der dritte vergessene Charakter ist nicht nur einer, sondern sind ganz, ganz viele und zwar so gut wie alle Gegner aus Super Mario Bros. 2. Ein legendäres Spiel, was sich wirklich unterscheidet von den anderen Mario-Teilen. Und man konnte dort Luigi, Peach und auch Toad spielen und Leute, Toad. Ich weiß noch ganz genau, als diese Schreie aus meinem Game Boy rausdröten, dieses Gebrüll von diesem kleinen Pilz. Hört's euch mal kurz an, wie sich's anhört. Also da muss man wirklich sagen, was haben die sich dabei gedacht? Wer hat diese Soundfiles da eingebaut? Darum geht's aber nicht. Es geht um die Gegner aus Super Mario Bros. 2 und diese Gegner, die dort erschienen sind. Ganz viele davon sind nur in Super Mario Bros. 2 aufgetaucht, warum auch immer. Die Shy Guys hatten zwar ihren ersten Auftritt dort und wurden natürlich ein fester Bestandteil des Gegner-Arsenals aus Mario. Aber dennoch Gegner wie der Hoopster oder der Trouter, der aussieht wie so ein komischer, dünner Cheep-Cheep, wie so eine Flunder. Oder der Panzer, was irgendwie aussieht wie so eine kleine Blume. Die hatten alle nur ihren Auftritt in Super Mario Bros. 2. Sowie auch der Ostro. Ja, Leute, der Ostro ist so ein komischer Strauß, auf dem ein Shy Guy sitzt. Und der hatte auch nur den Auftritt bis jetzt in Super Mario Bros. 2. Wie gesagt, Super Mario Bros. 2 ist ein Mario, was ich wirklich unterscheide von den anderen. Eventuell mach ich demnächst mal ein extra Video darüber. Wie gesagt, ich würd mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren könntest, wenn du noch kein Abonnent bist. Das sollte jetzt gewesen sein mit der Liste. Damit bin ich jetzt raus. Ich wünsch euch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theodore. Ciao und tschüss.